Aber eure sind scheiße Ich wüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal, ich bin Sias Gopel Und heute bin ich mal ein Ständer unterwegs, mal was ganz anderes Euer Video soll jetzt nicht darum gehen, dass ich hier ein Ständer rumfahre Sondern ich muss mir noch ein bisschen die Zeit vertreiben Kürzlo dreht mich mit Simduro Und dann geht's ab nach Berlin zum Testieren des Rates Ja, so dann sehen wir uns gleich wieder In Berlin oder wenn noch alles gut klappt Doch im Bus, wenn wir uns schauen, wie ich Lust habe So, Anni kommen in Berlin Jetzt sind wir wieder unterwegs Richtung Brando der Tor Mit dabei der Lugi, der Simduro, der Marcel, der Easy SRB Und der Ossi Jo, mal sehen, wo es uns jetzt hinverschlägt Auf jeden Fall richtig geil, endlich mal wieder zusammen unterwegs zu sein Und jetzt der Berliner Verkehr und das mit den kleinen Muppels Aber wir haben hier Hupen So, Brandenburger Tor werden wir heute ab oder mal hin Da wird hier wieder sicherlich ein Test sein Da wird hier wieder sicherlich ein Test sein Da wird hier wieder sicherlich ein Test sein So ein Typ, wenn sich das erste Mal das Eifer abhauen Ja, na alter, SS Ey, wir haben Grün Da ist er Ja, hör auf, hör auf Warte, warte Ich hatte nichts vor Ja, ja, okay Ich wollte dich nur ein Hose Ja, hallo Hey Na 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 Alles Alles gut, doch Muss So, wir fahren jetzt erstmal eine schöne Kettwurst fressen Obwohl ich noch nackenhunger habe, aber eh, weil ich schon drin fliegen Heute abend gibt es nämlich noch Burger King Ich habe gesagt, heute abend gibt es noch Burger King, ja Ja, klar Ja Ja, los Aber jetzt gibt es erstmal Kettwurst Jetzt gibt es richtig Kettwurst Richtig Kettwurst Auf seinen Nacken, ja Auf seinen Nacken Auf seinen Nacken Geiler Blinker, Dennis Wow Geil Das ist für Marcelo Der rastet aus Dünnungsschwankung No So gut wie hier War das klein, ja? Bitte komm näher heran, er ist krörter als du denkst Will ich zu schnell für eure Maschinen Wir gehen wie die Hände in die Welt Danke, aber eure sind scheiße Karte! Alter, scheiß die Wand dreckig! Was ist das denn für einer? Ey, der hätte ja beinahe Lukas vom Moped geschoben. Oh Mann ey! Ey, jede Ampel wird rot hier! Handy weg! Handy am Steuer! Handy weg vom Steuer! Handy weg vom Steuer! Handy weg vom Steuer! Handy weg! Handy weg! Handy weg! Handy weg! Handy weg vom Steuer! Weiß wirken! Wie geht's los?! die kümmern sich schon ja stehen auch schon wieder alle wir können weiter wir können weiter wir können weiter wir können weiter ne wird sich schon gekümmert oh man das hat ein unfall passiert aber alle beteiligten jetzt wieder gut oder vielleicht leicht verletzte schraube oder so weit aber das ist schon mal jeder schenkung endlich sind wir angekommen ja das war erst mal die nachmittagsrunde dann sehen wir jetzt die ganze abendprogramme im nächsten video ich hoffe ich konnte euch trotzdem noch ein bisschen unterhalten sonst wenn nicht dann nicht auf jeden fall macht es gut bis zum nächsten video auch hier braucht euer skopel und jetzt erst mal Kettwurst fressen tschüssikowski luki sag nochmal schnell tschüss ne das war schlecht mies